Geht bei den beiden etwa doch mehr? Seit Peter und Iris Klein sich ein öffentliches Scheidungsdrama geliefert hatten, verbringt der Musiker sehr viel Zeit mit seiner vermeintlichen Affäre Yvonne Wölke. Immer wieder wird ihm und der Moderatorin eine Beziehung nachgesagt. Das streiten sie zwar weiterhin ab, doch im neuen Musikvideo des Handwerkers sieht das schon wieder anders aus. Peter und Yvonne halten Händchen. Bei Instagram postet der Influencer einen Teaser zu seinem neuen Song, und darin kommen sich die beiden etwas näher und verhalten sich wie Verliebte. Das kann doch nur der Anfang sein. Einer unendlichen Liebe. Du bist für mich der Meilenstein. Denn ich spüre, was Liebe heißt, singt Peter und gibt seinen Fans damit einen Vorgeschmack auf das Lied. Ob er diese Zeilen Yvonne widmet? Die Fans sind sich immerhin einig. Dann steht doch wenigstens dazu, dass ihr ein Paar seid und macht nicht so ein Gehlüge daraus oder nur eine Freundin. Ne? Kommentieren zwei Follower den Clip. Ein weiterer User ist derselben Meinung. Ich verstehe aber nicht, warum Yvonne in dem Video mitspielt, wenn die beiden angeblich kein Paar sein sollen.